Und damit willkommen zur letzten Aufnahme von Let's Play Sonic Adventure DX. Ich wollte gerade sagen, Let's Play Super Sonic DX. Ich hoffe, dass ich das möglichst zügig hinbekomme. Ich habe nicht mehr unglaublich viel Speicherplatz. Wow. Oh, I hate that Sonic. He always seems to get in my way. I bet he can't foil my masterplan. Chaos! Die Master Emerald ist, wo es gehört hat. But Angel Island is still falling. This doesn't make any sense. Maybe... Wieso sind die Chaos Emeralds da? Die Chaos Emeralds, die ich mit mir zurückgebracht habe, haben etwas zu tun, was passiert ist. I'll take them to Sonic for his advice. Eggman! This is terrible! Chaos is... Is what? Ich weiß, Eggman. Und er hat seine Sprache gelernt. Ja. Und vielleicht werde ich irgendwo noch ein paar Vakation nehmen. Sonic! Hey da, Tails! Hast du auch den Tornado gefunden? Keine Ahnung. Geh auf und folge mich. Angel Island wiederholt. Hey, keine Ahnung! Wer hat es diese Zeit? Oh, ich weiß nicht, aber wir besser schnell! Sekunde. Kann ich... Gottverdammt. Okay, ich bin gerade erstmal in die falsche Richtung gelaufen, nachdem... Also erstmal habe ich versehentlich die Aufnahme gekillt, weil ich raustappen wollte, um zu sehen, ob ich den Speicherplatz sehen kann, den ich noch habe. Dann bin ich in den Dschungel gelaufen und habe ein Level neu gestartet, dass ich nicht starten wollte. Jetzt habe ich angefangen, ein paar Dateien drum zu verschicken, damit ich noch ein bisschen mehr Platz habe. Ich hoffe, dass das Gleiche auch nichts killt. Und ich habe auch in der Zwischenzeit mal nachgeguckt, wo wir jetzt genau hin müssen. Ähm, wenn ich jetzt... Doch! Das war richtig. Da drüben war richtig. Ich bin nämlich etwas paranoid, was den Speicherplatz angeht, auch wenn es eigentlich reichen sollte. Was? Doch nicht. Es gibt nicht nur einen Zischen. Doch, der drüben war nicht. Der drüben war nicht mich. Sonioch. Uh... Sorry. Knuckles. Achtergleich. Und Eggman. Et was passiert hier? Erf hat meinen E-Meraalde Chaos gegründet. Und Chaos... ist noch also vivo. Was? Ah... Er wird nicht rausgebracht mit diesem... Hey, Eggman, warte auf! Sonic, Chaos ist ein Fearsombeast. Wenn er das letzte Chaos Emerald hat, dann sind wir fertig. Keine 필요er Erklärung. Wir werden es weiter. Tails? Right! Was? Oh, jeez! Ich glaube, ich verstehe langsam, was diese roten Dinger sind, aber ich bin mir nicht sicher. Get out of my way! No way! Did you hear what I said? I won't obey! We need those seven Emeralds to give us total power. It's power for the people. And they are your people, too, you know. We must get that Emerald. Greed is our enemy. Once it starts, you will always want more. Please don't do this. I beg you. Bah! I don't listen to the words of a child. Ready, men? Charge! Father! Father! Oh, es ist ein Monster! Okay. Hey, are you all right? I think so. Oh, my gosh. No, no, no. Wait up. The Seven Emeralds are the servers. Chaos is power, enriched by the heart. The controller serves to unify the chaos. The Seven Emeralds can change our thoughts into power. If this Emerald controls that power, please, you must stop him. Sonic, wake up! I was on a snooze cruise, I guess. Good thing you're okay. You just sort of conked out there. What the fuck? Knuckles left already. Come! We gotta go after the last Emerald. Uh, lead the way. It should still be on board the Tornado 2! The Tornado 2 is definitely in the jungle. Oh! The train headed for station square will be departing soon. Moment. Nicht, dass das jetzt nochmal alles ausgelöst hat. Das wäre kacke. Sieht nicht so aus. Okay. The train headed for station square will be departing soon. Ah, ich muss nicht suchen. Oh, es ist ein Tornado 2! Ja, also lasst uns die Chaos Emerald und weg. Was? No! So? He's got the last Emerald! Now what do we do? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Okay, ich hab's verstanden. Hmm. Look! Look! He's absorbed the Emerald's power! He must be sealed in the Master Emerald now! Wow! How can that help? It won't change how he feels inside, will it? His heart will still remain in turmoil and his anger just won't vanish. He'll just be trapped forever! What choice do we have? Hey, Sonic! Hey, Sonic! Here! Take this! Hey guys, what's up? Chaos only used the negative power of the Emeralds. Sonic! Sonic! You should be able to harness their real power! As much as I hate to admit it, I think Tails is right about this. Go, Sonic! Yeah, Sonic! 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 Negative forces aren't the only way to empower the Chaos Emeralds. Our positive feelings toward each other to make them work. Our hearts together form awesome powers. Sonic! 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 Okay. Wir sind supersonic. Boah. Wir müssen auf unseren Ringvorrat achten. Wir brauchen konstant welche. We're a shadow of the dark creatures. Scoop out the story in the air. We fall from the shelter. What's gonna happen to us? All the steps we take, all the moves we make, all the pain and pain. I see the chaos that led you on you. We're walking around you. You and I, we're going to be there by you. Das Ding ist, bei dieser Geschwindigkeit kann ich mich gar nicht darum kümmern, Ringe zu sammeln. Aber im Hintergrund läuft Open Your Heart, das ist großartig. So, was nach dem... noch einmal? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schnell vorbei ist. All diese Geschwindigkeit, oh shit. Ich wollte schon sagen, es wäre ein bisschen kurz für die Final Storm. Sorry. Ich brauche Ringe, das ist das Problem. Oh shit, das hat nicht geklappt, glaube ich. Aber das erste Mal schreckt irgendwie mal fehl. Das ist das Problem. Okay, das ist das Problem. Okay. Schreie! Ah, 20 Ringe noch, das ist nicht gut. Wenn's ganz gut, dann Perfect Chaos nicht auch noch in MSIS-Status bekäme. Hey, I'll play with you some other time. I'll play with you some other time. Chaos has changed again, this time for the better. Yeah, Super Sonic must have neutralized it, so it's nice again. These are the Chao you were protecting. They stayed alive for generations and now live peacefully with humans. The fighting's over, harmony's restored and life goes on. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. All's well that ends well, right? Sonic? Oh Gott, die Musik ist großartig. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Schauen von Let's Play Sonic Adventure DX. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so, wie es aussieht, Sonic Adventure 2 ist auch auf dem Plan als eines meiner nächsten Projekte. Je nachdem, wie ich das hinbekomme, weil ich jetzt viel zu viel Rohmaterial auf meinem PC habe, dass ich erstmal alles durchrendern muss. Und ich behalte die Projektdateien meistens, bis die Sachen dann auch auf YouTube sind, falls ich noch irgendwas korrigieren muss. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen kann. Aber ansonsten möchte ich sagen, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.